Und dieses Gefühl von, es gibt keine blöden Fragen und Fehler bringen alle weiter und auch Fragen bringen alle weiter, das finde ich einfach ein total schönes Gefühl. Hallo zusammen, mein Name ist Ulrike Ostrinsky und ich bin bei ZBW für die Pressearbeit zuständig. Mein Thema heute, die neue Regionalkoordinatorin der Carpentries für Deutschland, Österreich und die Schweiz, Rabea Müller. Und zu Gast natürlich Rabea. Schön, dass du da bist, liebe Rabea. Ja, danke. Schön, dass ich hier sein darf. Vielleicht fangen wir einfach mal an, indem du uns kurz erklärst, was sind die Carpentries eigentlich? Ja, gerne. Also ein Kurzüberblick über die Carpentries ist schwer, aber allgemein kann man sagen, dass die Carpentries eine weltweite Non-Profit-Organisation sind, die sich zum Ziel gemacht haben, Basisprogrammierwissen zu vermitteln. Und das machen sie durch verschiedene Workshop-Formate. Das ist echt eine große Aufgabe, aber so wichtig heutzutage. Und wie genau sieht jetzt deine neue Aufgabe aus? Genau, also meine Aufgabe als Regional Coordinator ist es jetzt, anderen Institutionen oder auch Bibliotheken zu helfen, selbst Workshops zu organisieren oder auch für sie Workshops zu organisieren. Also die Organisationen können sich bei mir melden und ich melde dann die Workshops für sie an. Oder ich finde auch Teacher, also die sogenannten Instructors für sie, die die Workshops dann lehren. Ja, sehr spannend. Wie bist du dazu gekommen, diese Aufgabe zu machen? Also dadurch, dass wir bei ZB Med schon so viele Workshops selbst gehostet haben, so um die 35 mittlerweile, kann ich ein bisschen Know-how mit einbringen, wie man selbst einen Workshop organisiert. Also wir machen das ja auch selbst als ZB Med, aber auch, wie man bei anderen Workshops mithelfen kann. Und gerade diese Vermittlung zwischen den Instructors aus anderen Regionen fällt mir dann vermutlich etwas leichter. Ja klar, du hast da ja wirklich schon viel Erfahrung gesammelt in der letzten Zeit. Zum Schluss ganz kurz nochmal zusammengefasst. Was gefällt dir ganz besonders gut an den Carpentries? Also da könnte ich stundenlang drüber reden. Das ist total schön zu sehen, wie du für dieses Thema brennst. Ja, wirklich. Also auf zwei verschiedenen Ebenen. In den Workshops selbst liebe ich, dass man wirklich das Gefühl bekommt und dieses Feedback bekommen wir auch immer wieder, dass man keine Angst haben muss. Also ich selbst war auch mal Teilnehmerin und ich dachte auch, wie soll ich das denn verstehen? Und wenn man noch nie ein Wort davon gehört hat, hat man Angst. Aber diese Angst wird sofort genommen. Das kann ich selbst auch bestätigen. Ich habe nämlich auch mal bei einem Workshop teilgenommen mit null Vorkenntnissen und es war wirklich eine ganz schöne Lernatmosphäre und sehr spannend. Ja genau. Also ich hatte auch null Vorkenntnisse und dieses Gefühl von, es gibt keine blöden Fragen und Fehler bringen alle weiter und auch Fragen bringen alle weiter. Das finde ich einfach ein total schönes Gefühl. Und man kennt ja auch diese Workshops, in denen man denkt, das ist jetzt alles so kompliziert und man kommt nicht mit und man wird auch nicht abgeholt. Das gibt es dort nicht. Also keiner wird zurückgelassen. Alle werden mitgenommen. Und dieser respektvolle und freundliche Umgang überträgt sich auch in die komplette Carpentry-Community. Also dort gibt es ja auch Community-Treffen und es ist so ein wirklich liebevoller und respektvoller Umgang, den ich so sehr schätze. Tja, das klingt auf jeden Fall toll und macht Lust darauf, einen Workshop mitzumachen. Und dann, dir liebe Rabea, erstmal ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Mehr Infos zum Thema finden Sie auf der ZBMED-Website. Den Link zur Seite habe ich Ihnen in die Shownotes gepackt. Tschüss. Tschüss.